Hi, mein Name ist Ralf Mees, ich bin Jugendarferin im Evangelischen Jugendwerk Besigheim und du bist gelandet auf dem Kanal vom Jugendwerk. Ja, es ist das erste Video, das wir hier hochstellen und es ist in erster Linie mal ein Testvideo. Aber das macht gar nichts. Ich erzähle dir ganz kurz, was das Evangelische Jugendwerk Besigheim denn so tut. Wir machen alles, was die Evangelische Jugendarbeit ausmacht. Schulungen, Gottesdienste für Jugendliche, Freizeite und so weiter und so fort. Und wenn du daran interessiert bist, was hier künftig geht, dann gib uns einfach dein Abo. See you, bis dann, ciao.